. Läuft schon. Stellt euch Feuerwerke vor. Herzlich willkommen zurück zu TTC. Zum Silvester-Tag. Weißt du's so? Egal. Mit Umbra, Narno, Capuch und Nils. Boom! China Monster D und Juli Versus. Habt ihr China Monster D? Heute in Spielfilmlänge, weil wir Silvester machen. Guten Rutsch, Juli. Guten Rutsch. Ciao. Wer hat den Sekt gekauft und nicht kalt bestellt? Du hast den Sekt gekauft. Wer hat die Melone bestellt? Nicht zu weit rutschen. Hier schon eine Weiche. Melonen, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare. Mach das nicht. Schreibt uns, Aro. Wer läuft genug? Come on and slam! Nein, das ist die Melone. Digo kauft doch gerade. Ey, Juli schießt auf Shiro. Ja, die kauft auch gerade. Okay, jetzt reicht's, Juli. What the fuck? Du hast es überlebt. Ich hab die Melone. Oh, scheiße. Ich hab die Melone abgeschossen. Wie krass bist du denn drauf? Der Goro ist tot. Der Goro ist tot. Ey, wer hat Shiro gekillt? Kannst du mal bitte callen, bitte? Damit ich da... Gute Frage. Kundran ist es! Woll mal! Hier... Kundran ist es! Kundran und Fisk! Goro! Was habt ihr hier gemacht? Dalu, es ist Kundran, oder? Es ist Fisk. Goro! Da ist Nephi. Goro. Es ist Dalu. Dalu ist bestimmt der andere Traitor. Ja, er hat ein Schild. Ist es oder ist es nicht? Er hat ja Goro gemacht. Hier, guck der Action Move! War Goro denn Traitor? Ja, er war Traitor. Hallo? Wo... Ach, das war mir... Wo ist jetzt meine Mikrolinie? Ja, Baby! Von rechts! Von rechts! Da oben! Da oben drin! Da drin! Da links! Tief in den Wellen! Tief im Westen! Tief in den Wellen! Au, Kundran hat auf mich geschossen! Alter, Kundran! Nee, eigentlich auf Nephi! Achso, dann ist er es. Ja, ja, ja! Nee, ich bin's nicht! Natürlich! Ich hab doch nur so auf dich geschossen! Ja, natürlich! Was machen sie dafür? Da oben, ey! Ah! Ach, scheiß Akimbos, ey! Mit der Duel-Bareda! Mit der Duel-Bareda! Die muss sie gar nicht erst in die Hand nehmen! Ich hab nichts anderes gefunden! Wie ist Shigo gestorben? Ja, durch Kundran! Die hat gekauft! Ja, genau! Goro, was war das für ein Kumpan? Die hat sich gerade ein Prosecco geöffnet hier! Und ich schieß auf die Belohnen! Plötzlich ist Shigo tot! Und mit Kapuze hab ich dann ein Babyfeuer weggemacht! Ja, aber als ich hochkam, hattest du das Schild in der Hand! Hä, das hatte ich nicht in der Hand! Doch, ganz cool! Das hattest du in der Hand! Jungen! Ich hab's doch gesehen! Check the tapes! Nächstes Jahr ist das Wild-Schild wieder weg! Nächstes Jahr ist das Rito-Schild wieder raus! Also, ab morgen! Nee, übermorgen! Nee, übermorgen! Warum nicht ab morgen? Ist das schon nächstes Jahr? Weil wir gleich noch die Folge für morgen! Äh, ich meine, morgen nicht die Folge für morgen aufnehmen! Halt's Maul! Kasse! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Übermorgen werden die Addons überarbeitet sein! Dann auch endlich wieder den Doppelgänger! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt du dein Maul! Hey, was soll das? Ich hab doch nichts getan! Nee, du hast hier noch einen aufgeschossen! Ich hab keine Waffe! Hab ihn! Großes Riot Shields! Nein, ich hab den Final-Schuss gesagt! Das war ich! Ich war da! Kein Final-Schuss! Ich glaube, Julie ist es auch! Nein, warst du nicht, Schildo! Doch! Egen ein Detektiv! Wer hat das Schildo! Egen ein Detektiv! Wo bist du, du kleine Potza! Und lieber Detektiv! Okay, einfach gut! Dann geben sie die Waffe an uns! Nicht! Nein, hab ich nicht! Was? Hab ich keine Granate? Nein, hab ich nicht! Kapuze ist tot! Was? Kapuze ist tot! Kapuze ist tot! Kapuze ist tot! Und das macht immer nur Julie! Okay! War kein Baby, was in Kapuze gekillt hat! Warum? Das ist ein Zufall, dass ich oft das Babys hab! Was hattest du eben in der Hand? Er wurde Silent-AVP! Weiterebei umgebracht! Oh! Da muss er an dem Türmchen hinten sein, wa? Ähm! La, 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 la... Wie er da hängt, ey! Au! Ich wurde angeschossen! Von wo? Weiß ich nicht! Von hinten! In welche Richtung hast du gezuckt? Hier bei mir! Und das ist... Nee! Alter, Treppenhaus, Treppenhaus ist einer! Ja, so lass ich dir das! Im Treppenhaus ist einer! Julie ist im Treppenhaus! Vor allem schießt du mich auch einfach an und ich fahr das nicht. Juli, ge-confirmed. Äh, oh Gott, ne. Jumpman, ne. Kaputze, warum bist du ein bisschen, du Invalid? Ich möchte bitte das Schild haben, geh weg! Hey, du! Oh! Fuck. Ja. Und Juli, die andere. Pulze ist Invalide. Den kann ich nicht wiederbeleben. Congrats. Jetzt reicht's! Frenz, Adler! Danke. Hey, nicht töten. Was ist denn? Sommer! Sommer! Ich brauchte mehr Credits. Versuchen was mit nem neuen Defi. Mit nem neuen Defi? Nee, geht nicht. Scheiße. Ja, nimmst du den besten lieber die Pille. Mach mal was. Das ist geil. Warum lachen? Ich will auch lachen. Du weißt es nicht. Äh, mein Leben ist so traurig. Oh. Wer hat jetzt immer das Schild? Ja, Juli ist es. Ah! Und wo hast du die Silence AWP her? Von Nephi. Wo ist denn Juli? Weißt du's noch? Aha. Hier ist Juli. Ja, in dem großen Haus. In dem Steinhaus. Ist du mit dem Ablauf frei? Oder was? Meinst du in dem Turm oder was? Nein, in dem Steinhaus. Achso. Hier rechts. Da war sie. Guckt sie einfach aus dem Fenster. Aber das mit dem Schild und Fist war so geil, Juli. Fist kommt mit dem Schild, guckt in ihren Raum mit dem Schild. Juli so, oh, nehmt auch den Schild und schmeißt das Baby so. Wieso bist du immer mein Ziel, Goh? Ich hab nur das Baby einfach. Ich hab nur das Baby einfach. Das ist zu verlockend. Ich dachte, wenn was hilft, dann nur das Baby. Und Fist dachte auch, ich bin ja sicher, aber das Baby geht auch das Schild durch, ey. Ja. Das Baby geht auch das Schild. Echt? Ich dachte, das war schon eins zu brauchen. Ist den Wind zu brauchen, ne? Waren Zwillinge wahrscheinlich. Sieht man das nicht mehr, von wem wir gekillt? Also seht ihr das nicht mehr, von wem ich gekillt wurde? Doch, in dem Chat. Doch. Ja, weil ihr habt noch drüber spekuliert, warum ich gestorben bin, du bist ja schon lange Nephi. Ja, aber du warst mein Tages. Boxster tun jetzt nichts Falsches. Ah, okay, okay. Dann sieht das keiner, wenn ich... Springen! Springen! Dann sag ich deinen wahren Namen. Springen! Ich dachte, man sieht's halt. Nee, viel. Du kannst vorspringen, ich komm nach. Die Welt ist noch nicht bereit für den echten Namen. Ab nächstes Jahr hat Boxster wieder weggemacht. Ja. Der war ja nur ein Jahrespraktiker. Geht Boxster wirklich nächstes Jahr? Boxster stirbt. Jaja, das Schaffelfinale. Das ist das Schaffelfinale von TTT. Am Ende machen wir das Cinematic in TTT, wo er am Boden liegt und sagt... Jetzt reicht's! Aber es ist nicht nur Boxster, da stirbt bestimmt noch einer mehr von uns. Was? Oh! Und einer wird seinen Kanal verlieren. Ja, und einer wird seinen Kanal verlieren. Boah, ich dachte, du schießt kaputt, Alter! Am Ende eines Jahres wird der Kanal vom Schwächsten immer gelöst. Oh! Oh! Das ist so cool! Das ist so cool! Oh! Okay, Julie, das hab ich gesehen. Du hast die Melone getötet. Ja! Und jetzt kommt die große Schwester! Was macht ihr da? Warum ist der Blut? Wir spielen mit Julis Melonen. Wir machen Melonen-Essen. Da hab ich noch mitmachen. Julie, schäm dich! Warum nicht da um Blut? Ich kann nichts dafür! Wer war das jetzt? Boztar war das schon wieder. 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 Ich hab doch gar keine MD nach. Hey! Stop! Siehste, sie beschwert sich. Deti, Goro, hilf mir mal. Der haut auf den Stuhl. Goro! Da kann ich nur eins sagen, ey, wenn Goro und Deti... Er kommt immer mit seinem Stuhl ran. Lass das bitte. Danke. Wir zahlen den Stuhl, ist aber ekelhaft. Goro ist der beste Deti! So schamlos gelogen, hab ich aber schon lange nicht mehr gehört. Vor drei Folgen hieß es noch, Goro ist der schlechteste Deti oder irgendwie sowas. Da fliegt einer! Hilfe! Ich hab ne Plasma an mir kaputt! Ich glaub, es war Shigong. Wieso? Der Opa war jemand, weil ich sie gesehen habe. Ich dachte, der Frosty, der Snowman. Ich dachte, der Frosty, der Snowman. Boah, Sting! Der Schnee, Mann! Ich hab dir aber nur ne Hand hier! Das ist Nils, der Sniper hat aus... Das ist ja wohl ne absolute Lüge. Hat den jetzt einer gekillt, oder was? Nein! Oh! Bist du doof? Bist du doof? Ja, da liegt wirklich einer. Ja, da liegt wirklich einer. Das ist der Fiskrager. Ah! Oh! 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 Nils, Wasser! Nils! Scheiße! Ah, nicht schon wieder. Auf ner Skala von 1 bis 10, wie klug war die Aktie. Und sowas von Nils. Nils! Was passiert denn dort? Und 10? 10 ist diese AWP hier. Boxen? Boxen? Was? So nen richtigen Boxkampf? Hey! Ey, du hast gesehen, was ich gemacht hab. Ey, schieß, ey, schieß mich rüber, ey. Okay, okay, aber du musst runterzählen. Hält die mal auf hier. 3, 2, 1. Wow! Ja! Oh nein, die ist leer. Ist leer? Ja. Ah, bescheuert. Da liegt ne Mikrowelle! Ey, gib mir... Oh! Kann ich das Schild wieder? Vor dem Haus. Kaputze! Okay. Alles klar, warte mal. Was geht vor sich? Da ist Kundran! Was machst du da? Mach ihn fertig! Angriff! Okay. Gönn mir nochmal einen Schluck, warte. Ist ja Neujahr, da kann man ruhig mal eintrinken. Ist noch nicht! Weg! Es ist Sylvester! Es ist Sylvester! Es ist Kundran! Es ist Kundran! Es ist Sylvester! Es ist Sylvester! Es ist Kundran! Sylvester! Es ist Kundran! Kundran... Wo ist der Kundran? Ah... Wo ist der hier hinten in dem hinteren Haus? In dem hinteren Haus? Von wo gesehen, du Nase? Von dem anderen. Das, was nur ein Turm ist. Ach, das Neue! Das, was vorher nicht existiert hat. Das Alte, mein ich. Das, was schon ewig da ist. Baujahr 2014. Er ist immer noch im Turm und die Leiche liegt vor dem Haus. Oh! Oh! Das war ein Fehler! Hast du auf ihn geschossen? Nein! Habe ich nicht! Es tut mir leid! Okay! Julie! Kann mir jemand zum Abschluss freigeben? Kann einer Julie wiederbeleben, damit sie sehen kann, dass ich Inno bin? So schnell! Erstmal lebt Nifi wieder. Nifi weiß auch, dass ich Inno bin. Wo ist der Kundran jetzt? In dem Turmgebäude. Ich hole den Lump! Den hole ich gleich! Den Hefferlump! Den Hefferlump! Da ist er! Unter der Streppe! Habe! Oh Gott! Das war kein Problem! Das war so easy! Das war so easy! Easy! Dann ist Gebuze auch safe! Nifi ist safe! Nifi steht da vor mir! Da du ist safe! Da fehlt jetzt nur noch Shigo und Shigo steht die ganze Zeit auf dem Radar. Ah! Das ist nicht schön! Gebuze wird es nicht sein! Ja! Ich hab den Kuh drangekehlen! Das muss Shigo sein! What the f- Kundran ist auch unkast bei Grants! Hä? Kapuze hat sie gerade erwischt, aber mich nicht! Kapuze hat sie jetzt erwischt, aber mich nicht! Seid so richtig! Ich hol extra das Schild! Ey, ich will Goros Leben beschützen und Goros flieht! Ich dachte eigentlich, ich treffe da Gorom! Dann hab ich dich getroffen! Julissa, wenn du uns abschießen willst! Jaaa! Wie ich Nils da überrascht habe! Jaaa! Er kommt von oben! Nils zieht raus! Du kannst ja schon einen Trailer einem rausholen! Aha! Da stand ein Baby zum Beispiel! Vor allem, ich sag noch, Nils zieht aus dem... Oh! Tod! Hey, es sind Toiletten! Ach, das muss doch! Sind aber alle voll! Gibt's denn sowas bei euch, ne? Na, ich dachte, hier ist so viel Wasser, ne? Muss reichen eigentlich! Neuste Elfentechnologie! Da steht schon wieder einer! Was ist denn los hier? Was, Elfentechnologie? Ja! Hochmoderne Elfentechnologie! Geheime Elfentechnologie! Geheime Elfentechnologie! Moment, was zitierst du jetzt? Elimania sagt hochmoderne Elfentechnologie! Streng geheime! Hast du die polnische Elfentechnologie gehört? Warum hast du gehört? Ich schwöre dir, er sagt streng geheime Elfentechnologie! Er sagt streng geheime Elfentechnologie! Hochmoderne! Wie kann man Elfentechnologie nicht kennen? Wie kann man's falsch zitieren? Dann sagt er bestimmt in der anderen Folge hochmoderne! Er sagt auf jeden Fall hochmoderne Elfentechnologie! Das ist völliger Quatsch! Ach, ist komplett wahr! Ist komplett! Einfach da! Nicht fangen! Kapuza hat eine Grenade geworfen! Hilfe, hier ist jemand! Alter! Warum guckst du so grimmig, du Schneemann? Zalo hat mich geschubst, Leute! Ich hab dich nicht geschubst! Da war grad... Auf mich wohl glaub ich ganz gesnipert! Hilfe! 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 Du lachst da so? Ich glaube das war grad Coon dran! Wenn da drin die Schneemann ist, war das Coon dran! Da hinten steht... Nee, der Schneemann war glaub ich hier unten, oder? Der Schneemann ist die ganze Zeit schon da! Nee, noch einer! Noch einer! Hier ist der Schneemann! Wo? Im Wasser! Der steht schon die ganze Zeit! Im Wasser! Dann war das Coon dran! What the fuck? Ich glaube da war... Du hast in die Richtung schon auf einmal... Hat der wer gelacht! Das war der Schneemann! Du bist es! Dalo hat geschossen auf mich! Ich bin der Schneemann! Nein! Dalo, 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 Dalo! Oben auf dem Dach! Oben auf dem Dach! Ich bin gleich tot! Alter Kapuza! Hol ihn! Hol ihn! Jetzt komm! Hol ihn! Du Arscher! Oh, tot! Seit er die ganze Zeit um mich rumtanzen? Ah ne! Zieh! Echte Stuntmove! 360! No Damage! Oh! Hilf mir! Was? Gut! Was? Was? Keine geschehen! Kein Problem, raus! Ich bin nicht zu bedanken! Okay! Wo ist Nephi? Wo versteckt der sich? Weiß nett! Ne! Bestimmt hinten beim Turm oder so und snipern uns jetzt ab gleich! Gucken wir mal! Ja! Der ist in diesem Haus hier vorne! Da hinten! Alter! Was ist das denn? Au! Hey! Lass mich doch erstmal saugen! Oh! Auf diesem kleinen Island! Da ganz ganz hinten! What? Da kann ich nicht mal gucken! Ja gut! Ich habe ihn auch durch Zufall gesehen! Er war nämlich... Mein Punkt war in dem Haus! Dann habe ich das gesprengt! Dann kam er nämlich schon wieder dahinter auf! Dieser kleinen Insel da! Ich sehe da hinten nichts! Bei mir ist da überall nur Nebel! Also meine Waffe ist leer! Macht nichts! Ich habe es gesehen! Aber jetzt ist er eh nicht mehr da! Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da! Warte! Wo ist der Punkt? Der Punkt ist über dir! Über dir! Hallo! Oh! 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 Mit der scheiß AWP hab ich gekriegt! Das sieht richtig! Äh das siehst du richtig! Das sieht richtig! Genau! Drei Schneemänner geboren! Bei mir kam gar nicht die Musik diesmal! Ich zeig mich gerne! Das warst du! Das warst du! Du bist ja! Das war klar! Achso! Ne! Ich habe das irgendwie nicht gehört! Ich habe das ja auch schon, dass ich das nicht gehört hatte! Sonst hatte ich das eigentlich immer! Ja! Garrys Mod ist broken! Aber wir müssen es halt heute noch spielen! Halt doch! Du hast einen Vertrag unterschrieben jetzt! Du darfst nicht schlecht darüber reden! NDA! Ich liebe Garrys Mod! Ich liebe Fisk! Und wenn ich es werde, schieße ich Fisk direkt in den Rücken! Okay! 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 Wer? Sorry! Einmal doch so auf! Wer? Fisk! Fisk! Wer kauft gerade? Wooo! Nein! Ich habe auf Fisk gezielt! Ja das... Wieso kaufst du? Du hast auf Fisk gezielt! Was kaufst du hier? Wer kauft denn da? Moin! Achso! Ich habe ihn versteckt! Ich habe ihn versteckt! Können wir das Bett auf ihn draufheben? Nimm mal eine starke Hand! Wir müssen mehr Objekte finden! Eine Blume noch! Wir brauchen noch einen Blumentopf! Ich kann auch eine Mikro anbieten! Wir machen gerade Kunstschieben! Ich habe mal einen Stuhl! Ich habe mal einen Stuhl gefunden! Wir haben einen Stuhl! In welchem Stockwerk seid ihr? Wir brauchen noch Blumen! Scheiße! Oh nein! Ich habe den Tisch umgebracht! Was hast du denn gemacht? Wo seid ihr? Ich muss da wieder her! Hier irgendwo, oder? Hau ihn doch nicht tot! Blumenkinder! Alle kommen mit Zappen rein! Wo seid ihr, Leute? Es ist ja Weihnachten! Es ist ja Weihnachten! Blumen ist schwer! Scheiße! Ich passe hier nicht durch! Gib ihm! Die Blumen ist zu schwer tun! Das ist doch fast nicht! Oh mein Gott! Ich habe eine starke Hand! Ich bin das nicht! Was denn jetzt? Ja, ist schon! Hier, Leute! Da kann sie nicht zünden! Also das Piepen ist in Ordnung, Leute! Okay! Kann man das Ding aufheben? Oh, nee! Haha! Meine Hand wieder! Ich glaube, wir waren auch ein Kind in dem Raum! Ich glaube, Goro ist... Irgendwann! Da kann man eine Gronade! Da kann man eine Gronade! Vorsicht! Ich weiß nicht was... Ich weiß nicht was... Ich hab die... Ich hab das verbarrikadiert! Ey! Haha! Was? Und jetzt? Da liegt ein Mikro! Haha! Weg ist er! Verbarrikadiert! Oh nein! Wir sind gefangen! Er will jetzt fliegen durchs Fenster! Ja! Oh fuck! Oh oh! Oh nein! Der ist doch vor euch drin, oder nicht? Nur den Traitor erwischt! Hinter dir, Shigo! Hinter dir! Hat Fisk gerade den Traitor getötet? Ja! Weil sie gerade die Plätze tauschen in dem Moment, ey! Mann! Er ist in dem anderen Raum! In dem anderen! Nein! Hier! Ich öffne und du schießt! Oh nein! Genau andersrum! Ich teleportiere mich nach oben mit meinen neuen weißen Fähigkeiten! Hä? Er ist nicht hier! Hä? Er ist raus, Leute! Nein! Der ist Fenster geflohen! Fisk ist geflohen! Fisk ist geflohen! Fisk ist geflohen! Ich häng fest an den Scheiß-Props, ey! Meine Frisse! Er ist Eis-Knife, Leute! Wenn das mit der Scheiß-Bombe mal funktioniert hätte! Was war dat denn, Kun? Goro, du warst doch in dem Raum, oder? Ja, du hast mich gekillt! Ja, tut mir leid! Ich schmeiß die Scheiß-Frecker-Renee in die Ecke, wo drei Elos sind, oder? Er hat sich die Bombe gepflegt! Du hast eine Bombe in der Hand, natürlich! Wir hatten sie ja auch! Mann, Mann, Mann! Du hast das sogar schon am Rücken gehabt, ey! Ich musste nur noch raus! Ich wollte nur diese blöde Buchen, oder? Wieso wurde die arme Jolie getötet? Ich bestand mal wieder im Weg! Hast du deinen Satz nicht beendet? Ja, und dann war klar, was muss man so! War ich Traitor letzte Runde? Nein, du warst Traitor! Aber ich hab mich versteckt! Verbuddelt! Kaputze Chills hier so! Oh nein! Der haut um sich! Alles unter Kontrolle, Nils! Alles unter Kontrolle, Nils! Alles unter Kontrolle, Nils! Alles unter Kontrolle! Der rückt der Mungo! Der rückt der Mungo! Der rückt der Mungo! Ich hab ein Schiff gefunden! Was geht hier gerade? Hallo? Alter, was? Wer kommt? Wer ist da hochgegangen? Ich mag keine Fenster! Kommt ran! Ähm, Nils? Du! Ja, ich bin hochgegangen! Ja! Das ist mein Boot! Der hat mich angeschlafen! Das Boot geht unter mir! Ich bin mal! Hey, warte! Er hat's nicht verraten! Er hat doch irgendwas vom Schild erzählt! Nein! Dado hat mich geschlagen! Warum hat er das über die Runde gesaved? Anlauf? Hier runter springen? Könnt ihr mal? Ja! Nein! Jetzt hat's Cooldown! Cooldown! Toll! Wieso hast du mich... Wer hat mich geschubst? Nee, was machst du da? Ich bin weit geflogen, Leute! Ich schwimm rum! Hängst du da fest? Ja, aber ich kann mich wieder raushilbert. Hier, guck mal wie seine Leiche da chillt! Kapuze ist Traitor! Juliet in Traitor Schwimmbach! Warte, was? Nein, ich komm gerade aus dem Wässerchen! Das ist ein Wässerchen! Ey, ey! Du hast gerade auf Juli geschossen, sie ist Hurt! Ja, ich bin Hurt! Wer war das? Das war Goro! Da ist eine Mikrowelle! Das war ich nicht! Wo? Durch das Ding hat er durch... Okay, ist das die echt? Nein! Auf... Goro hat gerade ein Baby gekauft! Im Treppenhaus war eine Mikrowelle! Ich hab auch noch erlaubt! Es gibt aber eine echte hier, ne? Das Bomben ist schon wieder... Ja, ich konnte sie aber zerschießen! Ah! Den Traitor hier! Da... Trader Leuten! Weiß nicht, wen du meinst! Mit Schmack's euch Leute! Der Traitor ist hier! Ich hab auf meinen Sessel geschossen, das darf ich ja wohl! Juli ist auf jeden Fall das Ziel von Goro! Oh Gott! Ja, das heißt, wir sollten Goro töten! Ey, keinen Diebstahl hier! Komm bitte, du Goro! Das ist meiner! Ne, 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 ne! Das ist meiner! Ey, er hat den Stuhl geklaut! Schieß auf ihn! Juli wird dafür die Strafe geschossen! Jawoll! Boah! Bein ins Wasser! Finde ich gut, hast du gut gemacht! Und ich hab jetzt ab durch die Decke! Es ist Potsdam, der hat mich wieder auf der Liste! Glaub auch! Nein, dann würde ich einfach sagen... HALS! 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 Dalu hat die Juli gekillt! Ich glaube, dass Goro Juli als Ziel hat! HALS! HALS! Ne, du hast mit der Plasma... Ja, ich hab's ja gesehen! Ey, es ist Nils! Ich hab ihn vier Augen erschossen! HALS! 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 Was ist da jetzt passiert? Ja, ich hab nachgeladen! Ich hab nachgeladen! Entschuldigung! I don't give a shit! Fuck you! Wo ist der schon wieder? Der Nils? Ist der im Haus? In welchem Gebäude ist der denn? Nils ist auf K, oder? Na, wie denn? Wenn ja Leute killen, dann du bist es auch! Ich dachte, der will immer noch auf K. Ja, beschwer's dir auch nicht, wenn ich dich ansnipe? Okay, alles klar! Oh, du schießt auf mich? Da du normalerweise triffst, hätte ich nicht gedacht, dass du auf mich schießt! Nicht mit dir als Sniper! So, Jungs! Jetzt passt euch! Passt mal genau auf! Na, schade! Trainier mal deinen Wurf an! Was schießt du da, Alter? Nein! Oh! Oh, nein! Tim, 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 Tim! Nein! Was war da denn mit dem Hack los, Nephi? Ja, auf Nils war der schon abverbraucht, ey! Was hast du? Verbraucht! Du bist total verbraucht! Ja! Nein, nein! Nicht sterben, nicht sterben! Da kam Land mit... So schnell macht das Arsch nicht! Das bringt bestimmt Klicks! Ich habe doch fast ein Trunk gestimmt bei TTC! Du hast das Boot gedreht, Mann, ey! Du hast das Boot gedreht, ja! Das bringt bestimmt Klicks! Oh, nice! Wenn sie wirklich stimmt, oder? Goro ist ab, klar! Jigo, kennst du das denn schon? Ja! Die Anfalten verdichten sich, wenn im Staffelfinale drauf geht! Nein, nein, nein! Darf doch hin! Das ist erstmal nur ein Fake! Ja! Was? Au! Au! In der letzten Folge ist dann alles anders! Ey, war Schnaupper-Schlupf mich! Hallo! Zufällig verkriecht sich der... Unran hat gekauft! Warum könnt ihr durch die Tür hier? Das ist ja Freaky! Maggi! Freaky Sneaky! Freaky Sneaky! Freaky yo! Freaky yeah, ich bin geil! Was auch, Jigo! Bin ich hier drauf schiegt? Ich weiß nicht! Träfst du jetzt auch Fisk? Träfst du jetzt auch Fisk? Ich schaue jetzt schließ auf die Tür! Blankanade unten vorm Haus! Bitte nicht ins Feuerloch! Der wurde gebabied von Dream! Hey, wieso ist nie... Nee, der andere mit N! Der andere mit N! Sorry! Weil der schießt, muss ich dich töten! Wo soll der hier weg sind oder was? Nephi war hier gerade drin! Und da ist er weg! Und sie suchen mich! Achso! Alter! Nee, schieß ruhig auf Nils! Das ist schon korrekt! Lach über dich! Auf wen schießen wir, was? Wo bist du denn hingepackt, Nephi? Ich bin nicht gepackt, ich bin Ninja! Natürlich! Ich bin schon wieder hier! Alter! Der Dringer war das... Alter! Wer machte die Tür? Du hast mir Schaden zugefügt, ich möchte Rache! Ah! Ich hol mir... Oh, Lacker! Wie Lacker, ey! Wo war er? Ich wusste, dass du hier noch irgendwo bist! Ah, sehr gut! Weil Rache beginnt... Wenn ich tot bin, war es Nils, ne? Nene! Nene! Habe ich schon! Alter, Klitschko! Hier gegen Tyson Fury! Ja! Ja! Das ist auch ein sicker... Christo! Ich wollte jetzt gleich gleich die rechte... Ah! Ich wollte jetzt fertig... Oh! Lauf, Lauf! Ich setze auf Dalu-Card! Ich bin auch geschossen von Osten! Ja! Nein! Das hat er aufgewonnen! Ungefähr! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mach ihn jetzt weg doch hier! Ja! Das war nicht... Ich räche dich! Ich räche dich! Hier wurde unfair gespielt! Das Match muss wiederholt werden! So fair! Hey! Da wurde er gesprengt! Warum wurde das getan? Ja! Yes! Yes! Ja! Schöne Runde! Ich hab gewonnen! Oh, meine Mikro-Sophie! Du hast den Blockkampf nur gewonnen, weil ich mich angeschossen habe! Stimmt gar nicht! Nein, nein, nein! Wie gut ich mich noch verstecken konnte vor Fisk und Nils! Das war eine Düse! Ich hab nur N gelesen auf Ries geschossen, ey! Und Nils erst mal total am durchdrehen! Ich find das so klasse, dass man durchgehen kann! Das ist die letzte Runde für dieses Jahr, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, wir müssen am Ende auch einen Countdown machen für ein Neujahr! Und hier, wie gesagt, feiert heute schön! Kommt gut ins neue Jahr! Und dann GarySmod 2.0 übermorgen! Und wer die Folge live guckt... Warum übermorgen? Wer die Folge live guckt? Was? Ja! Ja! Am Veröffentlichung! Ja! Ja! Was? Nicht schon wieder! Oh Gott! Schmisch! Boom! Oh, Nils! Hey! Ist eigentlich jemand an meiner Mikro eben gestorben? Hey! Wer schießt da auf mich? Heißt Chico? Heißt Chico! Heißt Chico! Wir schießen jetzt alle hier um mich rum an! So gehst du nicht! Dahinten ist noch ein Kuro hoch! Oh Gott! Der Detektiv ist gefährlich! Der Detektiv hat... Ich jag die Wale! Ihr habt's gesehen! Mich auch! Au! Juli! Was soll die Scheiße? Juli hat mich auf 6! Juli! Ey! Lass das doch! Hallo ist es! Hallo ist es! Hallo! Fisk ist es! Fisk kann mal wieder gekauft werden, ich neben ihm stand! Goro von wem ist der Schneemann! Dankeschön! Von Fisk! Mach knapp! Merkst du das jetzt ehrlich so? Die Mikro! Ist es wirklich der Fisk? Oh Dankeschön! Chico Mann! Bitteschön! Du hast die Mikro da hingesetzt! Goro, Dalo und Fisk sind es! Goro, Dalo und Fisk sind es! Goro, Dalo und Fisk sind es! Leute ich mach das! Warum? Weil ich es gesagt habe! Ich hab noch 2 HP! Rettet mich bitte! Ich hab noch 6 HP! Ich hab nur noch 2 HP Leute! Hau ab! Nein! Nein! Ja, das ist Abschlussfall! Und jetzt kommt er! Ach man! Achtung! Verputze! Mach das, dass das Jahr gut endet! Bitte! Was? Bin ich der Letzte? Ja! Zehn! Okay, okay, okay! Nein! Wo ist er denn noch? Ach! Sieben! Sechs! Mona, lebt der noch! Ich muss es aus climbern! Wo ist der? Helft mir! Ja, helft mir! Drei! Wird Kapuze schaffen! Da sehen wir dann im nächsten Mal! Einsteiger, zwei! Noops! Noo! Noo! Noop! Wo ist er? Sagt mir wo ist? Noo! Geh über! Macht den Scheunern! Ihr Neugeister, ihr Neugeister, wo ist er? Wir haben ein Haus, ganz oben! Der Nebel ist zu steuern! Beide ganz oben! Ah, okay, da haben wir's geflogen! Ich hab die Kugel, da haben wir's geflogen! So, jetzt gibt's aber aufs Maul! Wo bist du? Da bist du irgendwo! Lass nochmal runterziehen! Au, du schießt auf mich! 99! Wo bist du? Das ist ein langes Jahr! Echt ein langes Jahr! Leute, ich wollt doch gleich feiern gehen! Ja, ja, ja! Lass schon mal runtergehen! Ja, schon mal! Wo bestehen jetzt alle die Facecam-Anlagen? Endlich! Meine Güte! Kommt gut ins neue Jahr, Leute! Tschüss! Bis nächstes Jahr!